Tütütütüt, das ist Sumpf Das ist Sumpf Ich weiß nicht, ob das anderes Holz ist als das Hm, müsste ich mal gucken Gucken wir einfach nach Au, au Ich glaub aber schon, ne? Auf, auf und davon Schiffchen Und Jump Lass, lass, lass Ich will Sumpf Ich will Sumpf Ich will Sumpf Ich will Baum vom Sumpf abbauen Ey Da haben wir auch schon Sieht aus wie Holz Ja, okay, ob wir davon, ne? Dann bauen wir die hier aber einem ab Auch wenn das ziemlich semi-optimal ist Um die Uhrzeit Auch wenn mit der Musik geht das Wir bauen Holz ab Ein Skelett Da ist Skelett, wo wir spielen Hallo Skelett und ein Und ein Skelett Und Bäm Skelett Holz Mehr, 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 mehr Holz Oh, Holz Holz Hier, Holz Hier, Holz Wir müssen sich ja eine andere Musik nachts anmachen Aber Wir sind cool, wir brauchen keine andere Musik Weil wir cool sind Ja Da hast du Bescheid Ah, hier ist der Holz Das war kein Holz Das war kein Holz So, drei Stück Das reicht erstmal wieder Wir gehen mal zurück Oh mein Gott Eins gelöhnt Und noch ein Kuiper Aha Ich dachte, das ist noch eine Das ist nämlich gesprungen Sorry Hm, ne, das reicht erstmal Wir gehen zurück Dann ist unser Haus Das sieht man Ein Stückchen Ein Stückchen Haus Sieht man von hier Oder so ein kleines Stückchen What the fuck So tot Jetzt sehe ich das von hier Es ist wunderschön Aber es wäre besser, wenn es Tag wäre Deswegen auch Gehen wir mal zu unserer Hütte Erst beim Montstag Da bin ich für Das finde ich doch mal positiv Ah, ho, 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 ho Oh, so viele Zombies What the fuck Sind das viele Zombies Die Belagern mein Haus Einfach durchjumpen Jump, jump In Seer Schnell ins sichere Gebiet Zu meinem Ja, zu meiner kleinen Wohnecke Hier Zu meinem kleinen Dorf Da sind wir ja sicher Man sieht abends immer, wo ich war, ne Man sieht da hinten Eine Fackel Man sieht das alles schön hell Das ist doch toll so Ha, wir sind sicher Ich würde sagen, machen wir jetzt erstmal Tag Bis jetzt ist mein Minecraft schon wieder nicht abgeschmiert Das soll jetzt auch so Hoffentlich Das sollte jetzt eigentlich bleiben Normalerweise Ähm, ich habe meinen PC neu aufgesetzt Habe ich schon tausendmal erwähnt Weshalb Ähm, ich jetzt Alles eigentlich besser machen Können den Tuten tun Beziehungsweise Das sollte jetzt wieder besser laufen Und nicht alles abstürzen Hätte so viel Scheiße auf dem Computer Eigentlich sollte das jetzt so funktionieren Momentan klappt das alles FPS mächt sich auch eigentlich 30 FPS Ich renne rum Mein Kopf stürzt nicht ab Ja, passt Würde ich mal so sagen Da ist mein Haus Ich sehe es von hier hinten Ein Creeper ist aber am Weg Hallo Creepy Doofes Telefon Doofes Telefon Habe ich wo rangehen soll Ja, ich habe eben kurz am Telefon Da habe ich schon abgefrühstückt Ne Dann wollen wir mal 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 eben schneller hoch wenn ich hier im wasser bin habe ich fremdrupps gerade nicht hatte aber vorhin auf dem hinweg da habe ich hier fremdrupps gehabt komisch die sind jetzt weg mysteriös hoch und hoch und hoch los aber habe ich auch einen besseren weg nach oben und hierüber und alles irgendwann noch nicht noch welch episch bauen so da komme ich besser hoch jetzt bin ich doof moment weg tuu du 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 ja ich brauche Holz ja nicht holz ihr wisst was ich meinte holz tue puren im wagen vor mir sitzt ein kleines mädchen so hohoho jetzt ist schon besser machen wir mal das als halst du apps während mein hund im hintergrund welt und jetzt wieder hoch so das hätten wir schon mal war das so richtig ja war so richtig jetzt würde ich mich sogar schon selber wobei ich ja kein half step hinsetzen wollte so in der ecke was anderes und zwar einen ganzen blog meine mom ist gerade nach hause gekommen ich müsste müsste ich jetzt was wichtiges sagen und zwar das ist cool bin moment eben so ich habe es ihr schon beigebracht jetzt gut verkraftet mein headset spektrum kopfhörer so meine ich das ach ja ein daran ihr wisst ja schon dort das ist ja also ohne witz mehr so dach bauen das ist schon echt schön spannend da kriegt man immer freude allein wie ich bei grong mal zu gucken wenn er dann eher dach baut ey dann denke ich mir immer alter das will ich auch ne und dann denke ich mir immer boah und dann ich habe noch einmal meine früheren häuser in meinem lp welt da habe ich nicht mal dach gehabt da habe ich so ein viereckiges gehabt wirst du aber nur abgeflacht das sah auch mal lustig aus weil jetzt wollen wir ja mal cool sein wollen wir ja ich weiß das ist ziemlich hart für uns weil cool sein kann halt nicht jeder nur ein voll falsch gesetzt was habe ich denn da jetzt gebaut ich jetzt dumm so ist das richtig alter ich habe mir gerade so was geht denn jetzt los da rein ne trappin bauen trappin bauen trappin wollen wir trappin 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 give me a weapon also hier wird es ja schon eng hier wird es schön eng das heißt eigentlich dass wir oben das dann dazu bauen könnten eventuell gleich schon die mitte hier so aber erst gleich wir wollen erst mal in die richtung hier ganz brav so wie es sich gehört weiter noch ein stück noch ein stück rander und club also wie gesagt hier könnte das schon mal so dann kommt das da oben rauf dann mach ich das anders dann mach ich das anders ja dann mach ich das anders mach ich das einmal so und so da müssen dann dings hin mach ich das mal einfach ich mach mir mal eben halb da ist kein bock runter ich kann mir reden da ist kein bock habe runter zu gehen mache ich mir da jetzt einfach mal schnell eine werkbank so wie sieht das denn aus ja das geht doch so ja das ist doch nett wird mal mitnehmen und runter nehmen wir auch mal mit ein dach sieht sich cooli aus also nicht cooli also nicht kugelschreiber sondern cooli du wirst was ich meine das kann weg das kann weg das kann weg die erde muss weg so das aus das doch mäßig das da oben das müsste zu weil das irgendwie komisch aussieht sonst das heißt ein star so ist das besser so da hätten wir schon mal ein dach facken setzt sich noch hier drinnen weil kommen wir dann noch andere dinge rein wie halt glas so facken her sollte das dann passen habe ich denn ja werkbank habe ich ja was erzähle ich denn hier habe ich den werkbänke dann da einfach in die ecke oh mein gott werkbank weißt du ja wir bleiben dann da stehen auf jeden fall aber wir brauchen halt ein bisschen hund warum ballen die kennt ihr das wenn ihr hunde habt und die band immer ohne grund kennt ihr das dass das auch richtig nervt und kennt ihr das dass sie das immer dann machen wenn es total ungünstig ist kennt ihr das ich hoffe ja dann wisst ihr wie ich mich fühle und wenn ich dann cool ich